So, wir sind jetzt in den Auslauf umgezogen. Zumindest in einen etwas größeren Auslauf. Und hören uns jetzt mal eine runde Silvester an. So sieht es aus, walken sie wieder alle vor der Tür. So sieht es aus. Ja, ja, ja. Ihr könnt nämlich schon einen guten Krawall machen. Einen guten Krawall könnt ihr machen. Und du? Hier ist der Oberkrawall. Komm her. Hier ist der Oberkrawall. Bei der blaue auch. Eigentlich können sie alle gut. Komm her. 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 Komm her.